Schnürpumps Fabiola der Marke Lai bei der Salina in halben Nummern für noch mehr Komfort in den Größen 2,5 bis 8 erhältlich in der Farbe Braun und im klassischen Schwarz. Obermaterial echtes Leder, er ist ledergefüttert, wir haben die Weite, das ist eine Komfortweite für normale Füße und eben den schmaleren Fuß. Festes Fußbeck mit Lederüberzug, eine Absatzhöhe von 6 cm und mit dem Absatz läufst du noch mega bequem. Und ein kleiner Tipp, schau unter dem Artikel, da ist eine Größentabelle hinterlegt und so findest du sehr schnell deine Schuhgröße. Egal wie lang der Tag auf den Füßen, im Büro oder unterwegs ist, dieser Pumps wird dich nicht enttäuschen. Selbst ein Halux oder empfittliche Füße wird bei diesen Pumps nicht in Bedrängnis geraten. Dafür sorgt einfach das weiche Leder um den ganzen Vorfuß ohne störende Nähte und das weiche Lederfutter. Er ist mega bequem. Auch Frauen, die auf großem Fuß stehen, können sich an Pumps mit der Schnürung erfreuen, da er bis Größe 8 erhältlich ist. Mit dem Gesamtpaket in edlen Schwarz und Braun haben Frauen mit empfindlichen Füßen, sag ich mal, verlässlichen Begleiter an ihrer Seite. Denn der Schuh, der passt zu Jeans, zu Kleidern, zu Röcke, tragt dazu Strumpfhose oder Leggings, das schaut alles mega cool aus. Und mit diesen Pumps ist es Liebe auf den ersten Schritt für alle die Frauen, denen ein High Heel mit Stilettoabsatz zu hoch ist. Eure Biki.